Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sam wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich neue, die allgemeinen Aufträge, Teil 4. Erster Auftrag und zwar kontaktiere Risswächter Stellan. Einmal 20.9, die sind mal alle drei auf der Karte markiert. Bevor die Aufträge machen, guck mal was hier ist. Da ist so ein Riss und das ist so rot. Sind richtig geil, nice gemacht. Wenn die Runde startet, guckt ein paar nach oben und dann seht ihr es selber. Finde ich echt richtig nice. Denn wir müssen einfach hier landen und hier ist dann eine Hologrammschale, Leute, wie ihr sehen könnt. Einfach hingehen, zack, interagieren und somit haben wir Stellan kontaktiert. Erste Phase abgeschlossen, zweite Phase und zwar Füge, altgebundene Drohnen Schaden zu, um Festplatten zu erhalten. Drei Stück, 20.000 SP, können wir auf der Karte bei Zitadell ganz genau finden. Ja, auf der Karte bin ich ganz genau hier. Da findet ihr auch eine eingebunden Drohnen oder bei Zitadell. Könnt ihr auch hingehen. Jetzt müssen wir einfach Schaden zufügen. So, da müssen Festplatten rauskommen. Hier, das hier ist eine Festplatte, Leute. Einfach aufsammeln. Haben wir schon auch somit eins von drei. Und hier nochmal einsammeln und hier noch einmal. Und somit haben wir den auf, äh, zweite Phase abgeschlossen. Dritte Phase und zwar Durchsuche Papiere bei Lonely Labs. Ja, Leute, wir müssen drei Papiere bei Lonely Labs durchsuchen. Erster Ort ganz genau hier, Leute, wie ihr sehen könnt. Zack, einfach mal in das Gebäude reingehen. Durchsuchen und dann wieder raus. Hier ist es. Zack, wir haben es durchsucht. Wir haben schon eins von drei. Das zweite Papier ist auf der Karte ganz genau hier. So, zack, einfach mal rein. Und Papier durchsuchen. Oder Notiz. Dann läuft man hier einfach geradeaus weiter. Und geht hier durch diese Tür. Dann Notiz durchsuchen. Und dann somit haben wir die dritte Phase abgeschlossen. Vierte Phase und zwar Suche nach antiken Texten bei Shattered Slaps. Drei Stück, 20.000 XP. Ja, Leute, erster Ort auf der Karte ganz genau hier. So, ihr geht einfach hier durch diese Tür. Und hier ist ein alter Text. Durchsucht ihr einfach. Und da habt ihr schon eins von drei. Dann geht man hier geradeaus weiter. So, zack. Hier durch, Leute. Und da seht ihr, die zweite alte Text erhalten. Und da haben wir somit zwei von drei. Der letzte ist auf der Karte ganz genau dort vorne, Leute. So, deswegen gehen wir jetzt schnell dorthin. So, laufen wir hier geradeaus, Leute. Hinter dem kleinen Berg. Und da oben ist es auch. Hier drin im kleinen Haus. Auf der Karte ganz genau hier. So, zack. Einfach einsammeln. Und somit haben wir Auftrag Nummer eins. Auftrag Nummer zwei, Phase eins. Und zwar, kontaktiere Risswäschers, der Land. Einmal 20.000 XP. Wir sind alle drei Orte auf der Karte markiert. Ja, Leute. Ich bin auf der Karte ganz genau hier. Und wir müssen einfach hingehen. Kontaktieren. Also interagieren. Da haben wir somit die erste Phase abgeschlossen. Dann zweite Phase. Und zwar, finde ein Teleskop. Auf der Karte ganz genau hier. Oder hier hinten. Wir gehen auf der Karte ganz genau hier hin. Hier, Leute. Vom Haus. Wir müssen einfach hier reingehen. Und zack. Teleskop. Einsammeln. Und da haben wir die zweite Phase auch somit abgeschlossen, Leute. Die dritte Phase ist. Entferne drüber und platziere das Teleskop. Hier sind alle drei Orte auf der Karte markiert. Und ich könnte euch eins davon aussuchen. Ja, dafür müssen wir auf der Karte ganz genau hier hingehen. So, ihr seht. Wir gehen gerade da hin. Wir sind gleich angekommen. Und wir müssen die drüber entfernen. Hier. Und das Teleskop dafür platzieren. Und ja, Leute. Somit haben wir alle eingebundenen Aufträge abgeschlossen, wie ihr sehen könnt. Und ja, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch auch noch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst ein Glööpfen, wenn ihr keine Videos mehr verpasst. Ich glaube, ich würde euch einfach sagen, was ich mit dem Video. Und ciao. Und treiben Sie das nächste Mal, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.